Jetzt hör doch mal auf hier, man. Ich bin doch hier, um das zu sein. Ich wollte echt nur mit Duke reden, als ich gesehen habe, dass er da ist. Ja, ja. Komm mal her mit Gear, komm mal her mit Gear, Alter. Nee, nee, nee. Ich komm mit Minen und Schnappfallen und sowas. Damit komm ich. Immer wieder. Ich hab genug von dem Scheiß. Ja, du bist ein Rollplayer, ja? Ich bin nämlich ein Rollplayer, genau. Du bist ein scheiß Rollplayer, ja? Ein Rollplayer, der PvP-Leute abfuckt, Alter. Wie euch. Alles auf Video. Ist richtig geil, Alter. Nice. Kannst du mal da Glied aus meinem Gesicht ausnehmen, Dankeschön. Ja, stehst drauf, ne? So, ich will jetzt ab... Du bist dann hinten. Sowas hinter von Siege da hinten. Ist das ein Kunde, ey? Ja. Hallo, die Herrschaften. Sag mal, ihr habt überall hier Minen liegen. Ist ja fürchterlich, Mann. Ist aber nicht gerade in der LZR, auf Nackte zu schießen. Vielleicht mal besuchen, komm. Auf alte Zeiten. Jawohl. Maracuja sagt, warum hast du mich jetzt getötet? Bist du sauer wie in den Raid heute, oder was? Hallo? Junge, das ist ganz schön anstrengend, immer so einen weiten Weg zu laufen, ne? Nur um ein bisschen zu reden, ey. Hi, Duke. Duke? Was? Bist du auch hier in der Base drinne? Klar. Hey, LZR? Ja, klar. Der war eine Bugpfeife virtuelle, alter. Junge, 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 ne, aber, aber. Maracuja, können wir wieder Freunde sein? Oder zumindest so, dass ich in der Nähe sein kann, ohne dass du da schießt? Hey, bring mir zwei rein Metal, dann sind wir wieder Freunde. Nee, 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 Freunde will ich ja nicht sein. Komm, das war doch, das war doch lustig. Immerhin war ich offline. Na, 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 na. Und überhaupt, ja, komm, hätte ich über offline kommen sollen. Aber sag mal, wurdest du schon mal geradet mit derselben Base? Ein Stück weit rücken im Schnee? Wir, ja, wir wurden schon viermal geradet. Uh, und Felix, der alte PVP, Gott, konnte mich schon machen dagegen? Der war nicht da. Ah, okay, ich verstehe. Ist er jetzt da? Wie bitte? Ist er jetzt da? Wir sind jetzt da. Nein, nicht ihr, ob er da ist? Nee, der ist nicht da, der ist aufladen. Ah. Habt ihr einen schweren Ruf hier auf den Server gerade, wa? Ja, so wie ich gehört habe. Ein Stück, wir machen jetzt mit dir. Ja, ich muss weitermachen, gell? Ja, machen wir weiter. Tube, 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 alter, was mache ich jetzt mit dir? Ich würde so ungern gegen die Feiten. Naja, ich muss ja gegen die Feiten jetzt, wenn du da zugehörst. Ja, ja. Dann verlierst du. Naja, vielleicht soll ich mal ein paar mehr Minen holen, wa? Habt ihr alle gefunden? Habt ihr alle gefunden? Ja. Wie viel waren es denn? Ja, die Hörschne habe ich gefunden. Wie viel sind das? Bei mir waren es. Na, sag mal! Hallo? Nicht schießen! Ich wollte gerade den Kollegen erklären, wie viele Minen hier noch rumliegen. Ich weiß schon, dass ich nichts außer den Schuhen sehe, ne? Was willst du hier, Alter? Was ich hier will, Alter? Ich wollte mal Duke-Kalosa. Kein Problem. Der Oli spawnt neu, der Oli suchen will ich da hin. Ey, Black-Black-Blindschleiche! Äh, Entschuldigung, Mama! Ich hab den ganzen Tag nichts zu tun, Alter. Ich kann dich gerne abfacken, wenn du normal sowas machst. Ich hab gerade mit Duke geredet, nicht mit dir. Ne? Mit Duke. Nicht mit dem Köter davon. Muss schon rauskommen. Er hat zu mich erschießen. Eine Kugel verschwenden. Jawohl, da ist er schon. Okay, hat schon wieder drei Kugeln verbraucht. Weder tot. Oh, wer ist das denn noch? Wars Outdoors. Junge, Duke, Alter. Wie viele Köter hast du da drin? Geht da gar nicht, ey. Ich werd mal noch ein paar Minen holen, glaube ich, wahr? Und schnackfallen. Duke, falls du dich jemals erwischst, dann tut mir leid. Das ist nisch gegen dich, ne? Das ist nur gegen die anderen. Hallo! Daneben! Junge, da brauchst du aber viele Schuss für den Nacken, Alter. Klammerschlange! Blindschleiche! Ich hol mal ein paar Minen gleich, ne? Ich bin gleich wieder da. Jetzt hör doch mal auf hier, Mann. Ich bin doch hier, um nett zu sein. Ich wollte echt nur mit Duke reden, als ich gesehen habe, dass er da ist. Ja, ja, komm mal her mit dir, komm mal her mit dir, Alter. Nee, 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 ich komm mit Minen und Schnappfallen und sowas. Damit komm ich. Immer wieder, ich hab genug von dem Scheiß. Ich bin nämlich ein Roleplayer, genau. Du bist ein scheiß Roleplayer, ja? Ein Roleplayer, der PvP-Leute abfuckt, Alter. Wie euch. Alles auf Video, ist richtig geil, Alter. Nice! Steine hast du, komm her. Ich hab da drinnen eingehört. Ja. Hier oben ist auch noch ein Stein. Ich hab da drinnen und Steine. Nein, nein, nein. So nicht, mein Freund. Duke, pssst. Ich muss. Duke, ich muss. Duke, ich muss. Nein. Ey, was ist denn los mit dir, Mann? Na, ne, ne, dann halt nicht. Wenn Duke jetzt sagt, du mach ich's nicht. Ja, was ist los? Gar nichts. Ich fack, halt gerne Leute ab, weißt du, nein, was ist? Es geht einfach nur ums. Ja, aber doch nicht. Nee, 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 nee. Ich hab mit dir auch kein Problem, Marcoja. Mit dir auch nicht. Wir hatten heute eine Online-Rate, du hast verloren. Manchmal ist es so, manchmal so. Aber deine zwei Hunde da hinten, ne, die facken mich halt richtig ab, Alter. LZR hat oft genug versucht, meine Staffeln zu versauen. Verstehst du? Indem sie mich stundenlang abgefuckt haben. Ja. Oh, die. Ja. Das ist aber nicht LZR. LZR Felix ist nicht LZR. Ja, aber das hier ist nicht LZR. Ich dachte, Felix wohnt da drin. Ich hab doch extra von ihr gefragt. Gab doch einer, die... Hier, dein Maracuja hat gesagt, der ist nicht da, der ist offline. Ja, aber der wohnt nicht da drin. Also spielt ihr... Warte mal, ihr spielt mit ihm zusammen, aber er wohnt nicht bei euch, oder was? Nee, der hat sein eigenes Zeug. Ah, die Labe. Du weißt, du weißt, was ich verstehe, glaube ich dir das einfach mal. Aber wenn er mich wieder abfuckt, dann komme ich vorbei, dann fack ich hier richtig rum. Ne, ich hab genug Scheiß, Minen, Treppen, und ich hab Zeit. Ich hab richtig Zeit. Weißt ja, selbstständig, ne, kann mir auch so weg arbeiten. Und dein, dein, hier, Blindschleiche, Black Blindschleiche und den anderen Typen, ne. Kannst du sagen, genau dasselbe. Facken sie mich ab, fack ich zurück. Ich kann kein PVP, aber ich kann ein richtig eklig werden. So, hier, als Dienstzeichen. Ich hätte euch jetzt hier alles zugebombt damit. Danke, John. Ja, kein Problem. Hier, damit ich nicht noch mehr Scheiße bauere. Da, da. Gut, schnell. Dann, dann. Kann ich dir jetzt eine Picke rausbringen? Okay, es ist ein Metallarzt für mich. Tut mir leid, du kannst vergessen, die draußen ist nirgends so was. Hier ist alles weggefahren. Ich muss aber umgekehrt rausfinden, wo der Typ wohnt. Wo wohnt ein Felix? Sag mal. Ich gebe keine Influencer weiter. Das krieg doch, Mann, da muss ich erst wieder bezahlen, dass ich die Situation kriege, kommt schon. Ne, ich verstehe schon, alles gut. Ich würde auch gehen verraten, alles gut. Also ab, 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 vier Kirschten Metal, das sage ich was. Das ist ja verräter, sag mal. Ja, warte mal. Hau ihn. Duke. Du, was machst du? Du, was rennt da? Duke rennt. Die PvP-Type. Ja, ja. Wie war das? PvP-Blick verlieren? Hä? Hä? Duke, bleib stehen. Los, da ist er. Schlag ihn. Ah, ist das so eine Pussy, ey. Er will ja bauen, damit wir hängenbleiben. Ah, sowas langweilig. Was sag ich dir, Alter? Langweilig. Langweilig. Jetzt muss er bestimmt gleich sein Kumpel, da? Ja, ich hab ihn. Hahaha. Hä? Hä? 1-0 für mich, mein Freund. Kannst du mal dein Glied aus meinem Gesicht rausnehmen, dein Geschirr. Ja, schließt drauf, ne? Hm. So. Ich will jetzt ab. Du bist dann hin. So was hinterfotzige. Alter. Ist das ein Kunde, ey. Scheiße, wir haben keinen Stein mehr. Ist egal. Ist egal. Ist ja. So. Duke. Ich möchte von dir ein Statement auf Video, dass du gerade hinterfotzig warst. Sonst mache ich den Bauschank nicht mehr clear. Okay. Ich hab dir aufgeholfen, du hast mich geschlagen. So was macht man nicht. Felix? Felix? Felix ist nicht da. Der wohnt hier nicht. Wow. Duke, mach mal hin. Die Steinbarrikade kann man bald nicht mehr abreißen. Mach mal hin jetzt. Du schützt für sieben Tage. Ja, reiß ab. Das ist ja langweilig. Ey, ich hab mein Wort nicht jedem, dass ich es nicht mache, denn dann halte ich mich dran. So, wir haben es abgerissen. Bauschrank ist alles weg. Ich halte mein Wort. Ich wünsche euch, bis später. Das war es jetzt schon mit Abfahrten. Ja, die beiden können doch nichts dafür, dass die so zwei so gespastene drin haben in der Gruppe. Können ja mien. Wollt's nicht gerade aufs Aurek? Ah, mies. Wir essen da. Wir essen da. Ich will auch mit. Ich will auch mit. Ich will auch mit. Let's go. Oh. Yay. Wir haben einen nach vorne. Achso, ja. Wir sind nach vorne. Ja, sorry. Ja, sorry. Wir müssen mal ein paar mal hin. Okay. Let's go. Let's go. Da mach ich mir erstmal ne Kippe, wa? Was ist mit dem Boot? Keine Ahnung. Du bist relativ leise, du bist relativ leise. Ich knall dir sowieso leer ab. Ja, ja. Ich muss denken, dass sie wird klauen. Ich lass uns vorlaufen als Zubefänger. Okay, es startet. Oh, ne Waterpipe. Jetzt fliegst du gleich den Gönjamin um. Wir haben auch eine grüne Kiste gespawnt hier. Ehre. Den werden wir Gönjamin eigentlich. Der ist ja auch LZR, oder? Ich weiß es nicht. Fahr ihn mal. Wenn du hier mal findest du? Bönjamin. Benjamin. zu welcher gruppierung gehörst du eigentlich wie ist ein blech zwei stück zu gar keiner okay gut echt jetzt echt jetzt das ist ein gestorben alles ja ich habe auch ein kampfmesser gerade wie er es jetzt gefaltet wenn alles ich schließe mich hier bei mir vorhanden sie für die und eins schade muss gern geholfen erst mal gucken ob er noch backstream aber so ganz schön vertrauenswürdig ja trotzdem hier ist ein Prinzip und das wird um welchen Bläck im Tierarblech brauchen dann auch zwei Stück als das neue Haus um nicht nach einer 10 es sei üblich er hast sind auch wo es Brot der Kopenburg Da bräuchten wir ein bisschen Lowgrade. Ja moin, war ein Sprengung. Kann sein, dass Rob graded? Würde gut möglich sein. Oh, ey. Ich komm mal her und zieh mal an hier den Schaden. Ne, ich glaub Benjamin hat uns hier alleine gelassen. Ist der mit dem Boot weggefahren? Nein, 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 ich hab ihn gesehen. Der war ja nicht. Das kleine wurde es nicht mehr da. Da hat ein Schmutter einer. Ich seh keinen. Ach da, ein Tessmet. Gany, bist du das? Gany, bist du das? Gany, bist du das? Nein, ah. War er das? Ich weiß nicht. Ich muss noch kurz untertauchen. Ja. Oh. Scheiße. Warte mal. Hoch, hoch. Ja, ja, ja. Für wem? Warte mal. Für wem? Warte mal. Ah. Das hält auch Granaten. Aber ich hab bisschen Lowgrade. Wir können auch fliegen, wenn du willst. Warte mal, ich kann jetzt nicht. Wie viel Lowgrade hast du denn? genug. 160. Da ist einer. Was? Da ist schon einer. Kopfschuss. Da unten am rechten äußeren Fuß. Da unter Wasser. Also ich sehe noch. Hier vorne. Da hinten. Da. Wo ich jetzt hinschwimme. Okay. Ich sehe mich Kany gerade. Alter. Wo ist er denn? Boah, fuck. Vor mir irgendwo. Mein war ein bisschen zu schwer. Es ist so zum Kotzen, Alter, ne? 3.300 Spielstunden sind da. Ich sehe aber absolut gar kein Wasser. Doch, da war einer. Ich komm nicht hoch, Alter. Komm hier hoch, komm hier hoch. Hier wo ich bin. Hier ist diese Kiste. Nein, da ist mich auch unterbetaucht. Ah, es ist. Hier, Uli, hier. Hier kommst du hoch. Siehst du? Ja. So, und da am Boot ist einer rumgeschwommen. Der kann jetzt nicht irgendwie. Dann hätte der wenn eine Taucherausrüstung. Aber sonst kann er gar nicht. Das war nackler. Komm, wir gehen nochmal hoch, schnappen uns den Heli und dann bringen wir den Kany ein, zwei Sachen vorbei. Das sind Entschuldigung und dann gucken wir mal, was die Leute da machen. Wo ist der? Hier ist er. Ich habe ihn. Ist er tot oder was? Ja. Zuant, Mono oder sowas. Kommst du hoch? Ja. Ich mach mal, ich putze dich um kaputt. Ja, schauen wir mal. Gerade bei wenigstens dass der Heli wurde explodiert. Ja, dass da ein bisschen Feuer ist. Aber die haben natürlich dann den Schwack, den können sie dann ab. Ja. Ja, wir fangen mal den. Darum wirst du jetzt halt nicht mehr putze. Da ist er. Ahh. Hey. Hoho. 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 Oh. Hui. Hui, ich bin abgesprungen. Und ich lebe doch. Ich habe auch mit überleben. Wir haben es leider verfehlt. So, hier, ihr wollt doch Metall haben, ne? Müsst ihr bloß abernten. Das ist mein Geschenk an euch. Viel Spaß damit. Ciao. Meisterpilot Odi. Jawoll. LCR-Race wieder, oder was? Ich hoffe, hier geht jetzt nicht der Sprit aus. Es war ja nicht gerade viel, was wir da drin hatten. Oh, der ist... Oh ja, oh ja. Das müssen wir aber hin und machen. Zu wen gehen wir? LZR. Nicht zu oft? Ne, wir sind zu oft. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollen, jetzt. Dann überrennen die uns. Das muss eventuell möglich sein, ja. Ja, moin, was ist denn hier unten? Deine Base, ne? Die ist schon offen. Ja. Die ist schon offen. Ja, moin. Ah, das meinten die voll mit offenen Base. Ja, also ich glaube, den Flug über Wasser kannst du vergessen. Wir müssen uns direkt einen Kurs nehmen, sonst wird das nicht in den Platz. Nein, hä? Da wäre ich runtergefallen. Okay, einer ist mal down. Ich wusste ja gar nicht, dass wir nach hinten klatschen können bei dem Deck. Wow. Aber wir haben schon einen kurzen hier der Deck. Nein! Oh, oh! Ich habe das erste Mal überlebt. Scheiße, Dreck. Oh. Hier ist noch ein Stoff. Oh, warte mal. Die sind schon auf wieder. Die wurden geradet. Oh. Ja, die haben ja gerade noch geschrieben hier. Die sollen mal aufhören, jeden aufhören zu reden. Ach, dann ist das hier die Red Base. Ja. Heli-Waste. Yay! Hast du einen Heli? Was ist, wenn wir da bei W22 mal gucken, wo die anderen waren? Scheiße, ey. Ja. Gut. Na ja. Hm. Haben sie sich um ein bisschen selber zuzuschreiben, ne? Dass andere und Offline geradet werden. Ah, eine richtige dreckige Bunker Base ist das hier. Ah, hier ist Wurst, bla bla, irgendwie wie er heißt. Und Black Mamba liegt hier auch noch rum. Okay, geil. Uiuiui. Haben sie halt wie immer verewigt, Alter. Hier geht es schon wieder radikal hier. Auf 40, okay. Hinter dem Hügel noch oder auf dem Hügel? Hinter dem Hügel. Mit dem Gaul. Okay. Ich renne. Ich gehe rechts rum. Okay, ich sehe ihn. Der ist direkt auf 40. Okay. Steht bei einem Pferd. Und rennt zu Base. Okay, wir müssen zu Base. Wir müssen zu Base an die Base rennen. Wir sind die Base-Oner. Okay. Base habe ich im Blick. Da ist ein Pferd. Der rennt auf dem Pferd auf mich zu. Hat er auf mich geschossen? Ja. Flat nach. I'm down. Oh, L96. Wenn ich das schon wieder höre, Alter. Oh, diese Scheiß-Drecks-Waffe, ey. Alter, da sind drei Stück noch. Drei oder vier Stück. Ah, der hat mich wieder in der Thompson gelegt. Ekelhafte Leute. Ekelhafte Leute. Fick. Deine Welt. Rudi? Äh. Äh, ja? Servus. Ich bin nur kurz bei euch. Die Sport haben mich geradet. Deswegen, der Schlafsack war noch hier gewesen von dir. Ach je, wo bist du denn hier genau? Äh, hier unten bei deinem Schlafsack, was du für mich angefertigt hast. Wo war'n der? Warte mal. Ich muss sie jetzt erst mal finden, irgendwie. Hier, wo der Lutraum ist. Der Lutraum ist. Ach, da! Die haben dich geradet? Ja, die Bude von mir. Ach, du Scheiße. Und jetzt? Kein Ding. Ja, was soll man machen? Geh anderes selber dann. Sonst ruhig den Schlafsack kaputt machen dann. Ja, alles klar. Gut. Ja, Mensch, ich hab' ich vergessen. Ich hab' schon mal nicht, wer der gehört hier. Haha. Naja. Nee, kein Problem. Wünsch' ich dir nächsten Server ein bisschen mehr Erfolg. Ja, kein Problem. Also, viel Glück. Deine Videos, ich will nur noch weiter in den Anschauen. Ja, ja, schon, du bist. Bis dann, ciao. Ciao. Rupert. Völlig vergessen. Oh, die, bei dir haben wir noch Grund geht's ab. Hört man das, ja? Mhm. Ja, die haben sich da irgendwie draußen am Arsch. Ja, die haben sich da draußen am Arsch. Ich weiß nicht mehr. Nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht ist ja auch ein Problem. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Wir haben uns schon in der Gruppe gestritten, wer die umgenannt hat von uns. Ja, lass mal. Als Spawnpunkt für die Affen da hinten. Ich geh die jetzt gerade abfacken seit 10 Minuten. Ich schaff's immer hin, ein Wort zu brüllen, bevor ich abgeschossen werde. Bis zum nächsten Mal.